Hey da draußen, hier ist euer Strong von Strong & Flex und heute zeige ich dir ein paar Übungen, wie du deine Spannung im Hüftbeuger besser regulieren kannst. Okay, kommen wir zur ersten Übung. Das ist jetzt ein Stretch für Oberschenkelvorderseite und den Hüftbeuger. Es geht erstmal darum, ein bisschen Spannung aus dem ganzen System rauszubringen, bevor wir dann noch gleich intensiver reinarbeiten können. Alles, was du dafür brauchst, ist eine Wand und vielleicht noch eine Möglichkeit, dich abstützen zu können, einen Stuhl oder ich nutze jetzt hier unseren Paleo-Chair. Dann gehst du bitte mit dem Knie so nah wie möglich an die Wand, stellst den Fuß hinten auf und der andere Fuß ist vorne aufgestellt, dass ich so eine richtig schöne Ausfallschrittposition habe. Jetzt rücke ich mir meinen Gegenstand zurecht, den ich dafür haben möchte. Es geht selbstverständlich auch ohne, mit ist ein bisschen bequemer. Und jetzt will ich nicht mit dem Po hinten an der Ferse bleiben, sondern ich möchte die Hüfte, soweit ich kann, nach vorne schieben. Vielleicht muss ich dann noch da immer auf meinen Kniewinkel achten, der dann auf jeden Fall größer als 90 Grad sein sollte. Und dass die Hüfte nach vorne einsinken. In diesem Fall kann ich mich jetzt hier super auf der Box abstützen. Ich lasse den Oberkörper super aufrecht, so gerade wie möglich. Bitte nicht nach vorne lehnen, weil sonst verlieren wir wieder den Stretch im Hüftbeuger. Hüfte einfach nach vorne kommen lassen und weil das ein sehr festes Gewebe ist, würde ich sagen, wir lassen uns mindestens mal zwei Minuten Zeit pro Bein, vielleicht sogar drei Minuten. Je nachdem, spür da in dich rein, was dir gut tut. Und versuche einfach, dich in der Position, ich sage mal, ein bisschen zu entspannen. Also wehre dich nicht gegen die Position, sondern lass es los und versuche gut in den Stretch zu kommen, dass wir gleich auch ordentlich reinarbeiten können. Für die nächste Übung benutzen wir eigentlich fast das gleiche Setup wie gerade eben mit der Wand und der gleichen Position. Nur, dass jetzt noch ein bisschen Gewicht mit ins Spiel kommt und ich versuche dynamisch zu arbeiten. Das heißt, ein Bein wieder an die Wand, anderen Fuß vorne aufstellen. Falls du jetzt am Anfang hier dich noch ein bisschen weiter stützen möchtest, kannst du auch das tun. Ansonsten sollte das vordere Bein zum Stützen reichen. Und jetzt, mein linkes Bein ist hinten, also kriegt auch meine linke Hand das Gewicht. Nicht über die Diagonale arbeiten, sondern die gleiche Seite. Das wird auch dafür sorgen, dass ich genau auf der Seite mehr Last kriege, als auch die Hüfte nicht verdreht wird. Ich habe jetzt hier so ein 10 Kilo Gewichtchen. Ich bin ganz ehrlich, fünf wären mir lieber gewesen, aber die hätte ich jetzt suchen müssen. Da hatte ich keine Lust drauf. Also es tut auch am Anfang erstmal eine Wasserflasche oder so, einfach, dass ein bisschen mehr Last ins System kommt. Der Arm geht jetzt einmal über Kopf, strecke dich schön nach oben lang. Und jetzt versuchen wir weiter mit der Hüfte nach vorne einzusinken. Das mache ich für 10 bis 15 Wiederholungen. Halte dabei dein Gleichgewicht und lass deine Hüfte natürlich schön nach vorne gehen. 10 Wiederholungen, 15 Wiederholungen auf der einen Seite, 10, 15 Wiederholungen auf der anderen Seite. Ich würde mal drei Durchgänge anpeilen. Du könntest dich allerdings auch auf fünf Durchgänge hocharbeiten. Weiter zur nächsten Übung. Okay, kommen wir zur letzten Übung. Das ist eine Form des Diagonalstretches. Den Diagonalstretch haben wir schon auf unserem Kanal vorgestellt. Das kannst du dir extra nochmal anschauen. Das ist jetzt mehr oder weniger fast schon die leichteste Version davon. Und wenn das gut klappt, musst du auf jeden Fall schauen, dass du auch in die nächsten Progressionsstufen reingehst und irgendwann die Endversion kannst. Ich habe jetzt die ganze Zeit immer das linke Bein gezeigt. Ich bleibe in der Ausrichtung. Rechtes Bein ist in dem Fall vorne. Ich habe den Ausfallschritt. Für diese Übung möchte ich mich aber jetzt nicht maximal nach vorne begeben mit der Hüfte, weil ich brauche diesen Spielraum gleich, sondern ich bleibe mit meiner Hüfte ungefähr über dem hinteren Knie. Dennoch ist der Po fest, dass ich nicht zu viel aus dem unteren Rücken machen kann. Und ich möchte die Übung eigentlich auch nicht groß im unteren Rücken spüren, obwohl ich dennoch mit dem Oberkörper in die Rückbeuge der Wirbelsäule gehen werde. Diagonalstretch heißt diese Übung deshalb, oder dieser Vorstuf hier auch, weil ich über die Diagonale versuche, mich zu berühren. Also meine rechte Hand will mein linkes Bein berühren. Den anderen Arm strecke ich jetzt einfach nach vorne auf. Ich mache den Po fest, damit die Hüfte stabilisiert ist. Und jetzt fange ich an, mich zurückzulehnen und mit meiner rechten Hand mein linkes Bein zu berühren und dabei eben den Stretch im Hüftbeuger zu erzeugen. Wichtig ist, nicht maximal nach vorne und dann Schreckung in die Lendenwirbelsäule rein, sondern ich gehe mit einem sachten Druck hier einfach rein. Und wenn ich das schon einigermaßen gut kann, dann muss ich in die nächste Progressionsstufe des Diagonalstretches. Ich würde sagen, wir machen 10 Wiederholungen pro Seite, auch hier drei Durchgänge und dann haben wir es auch schon geschafft. Das war es schon mit diesem Video. Bitte gib doch einen Daumen nach oben dafür, wenn es dir gefallen hat. Abonnier uns, falls du es noch nicht getan hast. Danach die Glocke aktivieren. Hier drüben kannst du auf Instagram vorbeischauen. Hier gibt es zwei unserer letzten Videos. Ich bin wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.